Ich zeige den Datenaustausch nochmal. Ich kann hier mit einem Rechtsklick im Aktionsmodus draufgehen, Datenaustausch anzeigen, das ist jetzt hier mein Datenaustausch von vorher und ich kann jetzt hier nochmal draufgehen, am besten so, fall nach oben, dann wiederhole ich den Befehl und dann löse ich diesen Ping-Tag. Ich zeige den Test nochmal aus und man sieht hier, wie entsprechend dieser Datenaustausch hier protokolliert wird.